Was ist der Standort in Asclepius-Harz-Kliniken? Wir haben in den Asclepius-Harz-Kliniken drei Standorte, wobei wir an zwei Standorten anästhesiologische Leistungen erbringen. Das ist der Standort in Goslar und der Standort in Bad Harzburg. An beiden Standorten zusammen führen wir 10.000 Narkosen durch in den Bereichen Orthopädie, Unfallchirurgie, allgemein bis zur Althorak-Chirurgie, Urologie, Gynäkologische Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kieferchirurgie. Ich habe zusammen mit zwei meiner Oberärzte die volle Weiterbildungsermächtigung für die Anästhesie, das heißt also 60 Monate volle Weiterbildung Anästhesie. Zusätzlich bieten wir die spezielle anästhesiologische Intensivmedizin an, nach dem Facharzt. Dafür haben wir auch die Weiterbildungsermächtigung und noch die Weiterbildung für die Notfallmedizin. Neben allen Verfahren zur Allgemeinanästhesie haben wir einen besonderen Schwerpunkt in der Regionalanästhesie. Am Standort Bad Harzburg versorgen wir 2.500 orthopädische Patienten mit allen gängigen Verfahren der Regionalanästhesie, das heißt Ischias-Katheter, Femoralis-Katheter, Interskalinäre-Katheter gehören bei uns zum Routineprogramm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017